Hallo Leute, hier ist wieder GCG und das ist die erste Folge vom Let's Build Mini. Was das ist, könnt ihr in meinem Blog erfahren. In der Beschreibung ist der Link zu dem Blog. Und ja, dieses Mal habe ich ein Piratenschiff gebaut. Ist mir einfach mal so in den Sinn gekommen. Habe ich einfach mal gebaut. Joa, ist jetzt nicht groß. Ist wie gesagt, sind nur kleine Sachen. Und ja, würde ich mal sagen, schaut es euch selbst an. Ich sage dazu natürlich was. So. Erstmal machen wir die ganzen Sachen hier raus. Die brauchen nämlich keinen Arsch. Also, so sieht es von außen aus. Von unten sieht so aus. Und kann ich auch nochmal schnell Nacht machen. Das sieht man auch nochmal die Beleuchtung. Jo. Dann gehen wir mal. Machen wir es wieder hell. Und gehen rein, ne? Also, erstmal gehen wir hier zum Käpt'n. Wach. Boah. Hier hat er seine eigenen Schätze. Ein paar Bücher. Kiste. Betten. Und hier lag dann, leck dann, leck dann. Meine Güte. Würde dann normalerweise die Karte liegen. Äh. Oh, ma, 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 komm. Ähm, die finde ich gerade nicht. Egal. Dann kann er hier rausgucken. Dann kommt man hier hoch. Hier kann man schön gucken. Und hier ist das Steuer. Dann gehen wir hier hoch. Hier ist dann die Aussichtsplattform, sag ich mal, für den Herren, der dann guckt, ob irgendwelche britischen Schiffe in der Nähe sind, die man entern kann. Nein, also, hier hat er auch einen guten Blick. Kann sogar Selbstmord begehen, wenn er will. Nein. Dann gehen wir hier runter. Runter, 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 runter. Runter. Und zum Rest, wo der Rest der Mannschaft schläft. Hier haben wir erstmal, da kommen, hier sind die ganzen Schätze, da kommen die ganzen Waffen und das Brot rein. Genau wie auf der anderen Seite. Und hier sind dann ihre Hängematten. Weg zum Schlafen. Jo. Dann gehen wir mal hoch. So. Hopp. Okay, dann sag ich mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.